Es gibt Momente im Leben, da wissen wir, wie wir in Zukunft leben wollen. In unseren eigenen vier Wänden, die wir so nach unseren Wünschen gestalten können, wie wir es mögen. In denen wir Anlässe ausgiebig feiern oder einfach mal entspannen. Wissen Sie schon, wie viel Haus Sie sich leisten können? In nur wenigen Schritten finden Sie heraus, wie Sie den Grundstein zu Ihrer Wunschimmobilie legen können, damit Ihr eigenes Zuhause kein Traum bleiben muss. Geben Sie Ihre persönlichen Daten und Wünsche ein und sehen Sie sich Ihren individuellen Vorschlag an. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie sogar mit staatlichen Zuschüssen Eigenkapital aufbauen und sich schon jetzt langfristig Top-Zinsen sichern. Mit Deutsche Bank Bausparen kommen Sie Ihrem Traum von der eigenen Immobilie einen Schritt näher.